hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge green project so wir wollten schlafen gehen da geht aber heftig heftig geht da wasser und trinken okay so wir haben ja was das wir haben ja irgendwo wasser wo haben wir ja gut wir haben kein wasser natürlich nicht natürlich nicht wo sollten wir auch wasser hier haben so das füllen wir da an dann stehen wir uns daher und sagen einfach ich habe kurz das da nehmen so ich will ich will ich will ach so ja das erscheint dann hier so abkochen will ich das hier super dann fülle ich das da an dieses fläschchen so mit einem wasser so und das stelle ich hier her so jetzt ist wieder da sowas bräuchten für den thymian weil wir haben vier stück thymian gerade hätte ich auch gern so für thymian brauchen wir eine mörse ich werde rasch in den mörser produzieren und dann noch essen aber nicht im mörser und so nützliches ja mörser ist nützlich dachte ich mir ein messerchen und eine feile wir legen das mal rein ein messerchen und eine feile okay ich glaube das zeug habe ich da ich sollte mir da drüben eine kiste für die werkzeuge eingebaut eine feile so hier habe ich das messerchen ach das habe ich da am küchentisch natürlich so vielleicht gehört es doch nicht am küchentisch ja in die küchenlade so feile und messerchen jawohl ein mörser in mühasa super so herrlich so messerchen und wieder weg die feile und wieder weg die säge kommt daher wir produzieren ein breit also fünf eigentlich so dass wir wieder raus deswegen daher wird das füllen wir gleich nach beim ofen genau weil die wasserflasche ist jetzt abgekocht das ist auch gut so und wir haben einen mörser und der kann da hinein oh cool dann lassen wir das gleich mal machen so super so die wasserflasche kann ich mitnehmen ach so bist du aber warum okay so ich muss den mai ich muss den mais gießen ja wunderbar ist das vielleicht sollte ich noch mehr von den dingen aufstehen ich werde einmal säubern den platz hier warum auch immer wenn man schon nichts tun kann wenigstens zusammenräumen was denn was haben wir zum essen hier na nix nämlich an ja okay gut du kannst natürlich auch deinen schuh essen das nehmen wir gleich mit das lassen wir da hollerie und holler so was haben wir da drin da haben wir nichts drin da könnten wir zum beispiel jetzt ja wir könnten alles da reinlegen wo was das super ist das kompost okay okay schauen wir mal kompost um sandigen untergrund in fruchtbaren umzuwandeln kann ich einen baum setzen das wäre das wäre total super wo setze ich einen baum wo setze ich einen baum da will ich keinen setzen da so neben dem weg einfach so einfach so neben meinem haus ich möchte einen baum neben meinem haus setzen so nämlich da und jetzt baum samen eine verschwendung die samen hier zu pflanzen ich sollte den boden vorbauen ok so gießen hat er gesagt oh wie cool mein erster baum mein erster baum sehr schön so das heißt aber ich könnte eigentlich hier auch einen baum pflanzen warum doch nicht so ich brauche mehr samen wie kriegen wir samen mais wachse was heißt das zwei oh ich habe zwei bäume gepflanzt ja das ist aber fein ein ist das so was haben wir da drin wir haben da drinnen ja was halten wir davon wenn wir ich lege das mal ab das mal ab die sicherlich ab ja brettchen kann da bleiben das könnte ich lege auch den hammer weg ich lege auch den hammer ich kenne da gar nichts so oder ist t so moment moment was kostet der t wo stehen das da 50 wasser ok und wenn ich ihn jetzt trinke gibt er 50 wasser und minus grün kein holz mehr vorhanden ok ja 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 du schickst mich jetzt holzfällen ich weiß ach minus 10 ist das was ist denn das die kleinen grünen fleckchen so ist vielleicht verseuchung ein wenig erinnert wobei also mir gefällt total ich weiß jetzt nicht wie es beim zuschauen ist aber ich finde das total süß so also jetzt nicht dass die welt zerstört ist und das alles das heißt man kriegt ab und zu einen samen so von diesen kaputten bäumen okay wir müssen essen wir müssen irgendwas essen ok dann holen wir uns mal essen auch die axt ist auch fast fertig die ist fertig mit dem leben ok essen ich glaube im kühlschrank habe ich noch was oh ja super oder ja super das ist gut so dann würde ich sagen damit wir nicht immer dieses holzproblem haben ich lege hier vier holz eins so und du machst jetzt mal dann fülle ich die wasserflasche dann fülle ich die wasserflasche auf noch 3600 ist das gut ist das schlecht wir wissen es nicht so nachdem sie gekocht auch nachdem sie gekocht wird muss ich es nicht vorher ab kochen so macht noch eins ich finde ok also ich kann immer nur eines ok so kriege ich wenn der mais geerntet wird samen raus ich weiß es nicht samensortieren ein ich muss den samensortierer bauen ok ich brauche fünf bretter faden gitter und stoff ist ja stoff faden gitter stoff faden gitter stoff welch zufall so landwirtschaft der samensortierer so stoff faden gitter bretter super so dass ich wieder raus super so und kann es hierher geben stoff faden ja super so 50 nein da warten wir noch 50 jahr da warten wir noch so wir haben noch einen t steckt der ja der steckt so ist jetzt auch mit noch einem t macht kommt noch einen t wo kriegen thymian hier so ich möchte diesen samensortierer so geht das ok samensortierer wäre schön wenn ich den da irgendwo ok so und was was gebe ich da rein eine maiskolben vielleicht ich probiere das mal wo habe ich in den maiskolben ja die kann ich auch wieder mitnehmen so maiskolben 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 sind zwei hölzer sind noch da das muss reichen so da hätte ich das messerchen wieder reingebracht was ist ein salzbeutel salz ok so also was ist ein salzbeutel ist mir schon klar was ein salzbeutel ist so ich gehe mal da hier so jetzt nehme ich den da aber wie cool wie cool super so was haben wir dann noch für damit dünge rein und das dabei so und da hat und da haben wir dieses strohzeug 42 was auch immer ich damit machen soll so damit ein flügelchen da würde ich sagen wir gehen weiter holzarten da 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 okay also den stunden rausnehmen bringt organische abfälle ok dann schaue ich mal dass ich fünf stunden rausnehmen und das holz bei ich sowieso die beste glaube ich brauche ich auch immer wieder jetzt könnte ich diesen thymian tee kriegen so danach okay wenn man daneben steht ist nicht ganz so schlimm wahrscheinlich ist schlimm wenn man einsteigt habe ich da habe ich da jetzt einen samen zypressensamen war wie cool so wir gehen daher ich glaube wir haben ja aber wir haben noch dünger sondern wenn man gleich eine zypresse anpflanzen ja so dann noch hier wegen des du hast es wollen wir keine sorgen machen aber wir haben diesen thymian tee der ist super keine ahnung wo ich noch mehr thymian her krieg es wird sich alles ergeben es funktioniert nicht mehr ja manchmal ist das so im leben so das heißt schleifstein gut unsere zwei bäumchen wie cool so es funktioniert nicht mehr ich möchte gerne noch einmal thymian tue es noch einmal für mich machen wir den thymian so ja sehr schön wie ging das ach so ja so was wollte schleifen ich brauche eine schleifstein so das brauche ich ein hämmerchen nicht jetzt auch mit eine feile nämlich auch mit warum auch immer ich brauche das zeug vielleicht sollte ich noch einen wasser bei hätte es regnet schon nicht sehr wenig hier so was wollte ich machen ein schleifstein das geht tatsächlich so okay kann ich auch noch eine neue bauen nützliches hallo nützliches hier säge was war ich für okay ich brauche eine spitzhacke ich brauche eine spitzhacke für eine spitzhacke okay okay so holztruhe zehn bretter 25 nägel das könnte ich echt mal machen das wäre das wäre wirklich 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 sinnvoll so dass da rein dass da rein ja machen wir mal bretter super das kommt ja wieder ins übel da das kommt da wieder her sondern kann man eine kiste oder noch so einen wasser bei der kiste kann ich in der nacht auch machen was ist wenn ich noch so einen wasseraufsteller macht 30 nägel die hammer ja so 30 nägel so ausnehmen ja na klar so zehn bretter landwirtschaft ein hämmerchen 30 nägel was wieso ein glasregal ich will kein glasregal oh eine kiste ok ich mache noch so eine holzaufsteller wasseraufsteller wasserspeicher damit ich es richtig rauskriege das lasse ich jetzt alles mal da drinnen so genau so laufen wir mal raus eine kiste brauche ich auch auf jeden fall noch so und den wasseraufsteller stelle ich zu den anderen hier so war das so geht das okay so und jetzt können wir hier super ist das super ist das so und jetzt brauche ich aber noch die restlichen samen hier wie cool das werden dann gießen dann geht uns das wasser ja ohnehin gleich aus das ist auch super jetzt fangt er an müde zu werden was ist das eigentlich jetzt haben wir weggemacht es gibt keinen thymian mehr oh mein gott ok der wachst aber auch nicht richtig wie bitte na gut dann trink einen tee darfst du trinken ah wie cool und die vergiftung reduziert sich auch gleich damit so ähm dann würde ich sagen nö wie war das dünger genau mit dünger bereiten wir das vor eins zwei drei haben wir drei oder vier die entscheidung ist gefallen so und darin will ich die zypresse haben ja zypresse ah wie cool eine zypresse so habe ich irgendwo biomüll ja habe ich so das fülle ich da rein ich brauche ja mehr dünger vielleicht stelle ich mal später einen zweiten von denen auf ähm ah ok ich werde von den maiskolben auch samen machen weil da haben wir so viele felder noch ok die zwei arbeiten super da haben wir den thymian weggebracht alles hier ist gegossen ja alles hier ist gegossen super so dann füllen wir gleich mal die gießkanne an dankeschön so da ist noch ein wenig drinnen so wir haben hier weiteren thymian wir kochen einfach weiteren thymian so lange davor reicht so das kann man eigentlich hier ein link so jetzt würde ich gerne noch holz holen es ist schon 18 45 hm ja wir holen uns noch holz komm da kann ich so viel stroh da holen hm 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 müde wieder müde wieder geht zur ruhe bald schließt er die äuglen zu so bio abfall ist super den nehmen wir noch mit und dann gehen wir nach hause weil wegen müde super was passiert sehr müde ist passiert so schön den weg säubern also den weg die gegend tut 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 Wir pflanzen morgen, oder? Ich bin schon ziemlich müde, irgendwie. Wir pflanzen das heute, sofern es sich noch ausgeht und er für Müdigkeit nicht umfällt. So, schön den Mais züchtigen. So, 10. Ja, gleich fällt er eh um. Super. Wir haben es geschafft. Wir haben den Mais noch eingebaut. Hier muss ich nichts mehr gießen, oder? Nö, das ist alles. Und sie wachsen doch, sie wachsen halt extrem langsam. So, jetzt hole ich mir noch was zum Essen aus dem Kühlschrank. Ähm, 75. Okay, komm, dann werden wir noch ein Brettchen machen. Wir brauchen es sowieso. So, raus hier, das bleibt drin, das kommt da, das kommt da. Da, 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 da. Super. Machen wir noch eins? Oh, die Säge ist kaputt. So, ich muss dann schauen, wo ich die Schleifsteine herkriege. Aber es wäre ja blöd, wenn wir die Dinge ausgehen. So, Säge. Gleich verhungert er, oder? So, 21 Uhr. Jetzt wird es aber langsam Zeit. Also, ich denke mal, alles gut. Super. Haben wir noch? Ja, klar. Okay. So, das kommt da rein, was, äh, ja, Essen, Trinken. Dann gehen wir die Wasserflasche mal da rein. Und davon haben wir fünf. Oh, ich bin ja hundemüde. Ich bin ja echt hundemüde. So. Ach, Essen. So, und davon können wir jetzt auch was trinken. Super. Oh. So, meine Lieben. Das war es aber auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 見